Den Dammbergli im Turm, im Turm, da ne ä lustige, lustige Bua, äs wunderschöns Meiterli gseh, wie ä fröschi Rase im Schnee. Wir sind der Schüler und Jungen Chor Utopia aus Aschismatt. Wir sind 1998 gegründet worden und unser Leiter ist der Simon Strebel. Wir machen verschiedenste Projekte, haben schon Musicals gemacht, sind mit einem Färseauftritt gewesen und vieles weiteres. Zu unserem grössten vergangenen Projekt gehört das Gesangsfest Hitzkirche. Dort hat uns die Jury mit einem vorzüglich bewertet. Vor kurzem haben wir im Nachwuchswettbewerb mitgemacht, mit volkstümlichen Liedern und dort haben wir den ersten Platz erreicht. Das ist ein wichtiges Markenzeichen von unserem Chor, aber natürlich singen wir auch viele andere tolle Lieder. Leider haben wir in den letzten zwei Jahren fast keinen Auftritt mehr gehabt. Und wir haben durch das mega wenige Einnahmen sammeln können und brauchen wegen dieser finanzielle Unterstützung. Das nächste grosse Projekt ist das KIP und dort braucht es Geld. Und genau, für das bräuchte es Geld. Und weil diese Einnahmen für die letzten Jahre eben fehlend, sind wir dringend auf Unterstützung angewiesen. Vor allem ist die Gruppe doch motiviert und es ist uns sehr wichtig, dass sie motiviert bleiben. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, weil in den letzten zwei Jahren das nicht ganz so einfach war für die Jugendlichen. und umso wichtiger finden wir, an das KIP teilzunehmen und darum danken wir jetzt schon für eine Unterstützung. Danke sehr! Danke!